Norddeutscher Rundfunk 2021 Christine Westermann, meine Damen und Herren! Christine Westermann, Götze Altmann, zwei zum Preis von einem, denn dieses Zimmer frei, meine Damen und Herren! Eine Sendung, die ich Ihnen ganz herzlich möchte. Denn sie beginnt jetzt, wie üblich, mit unserer Frage, wer mag es sein, sich bei uns einfinden, um sich um unser freies Wohngemeinschaftszimmer zu bemühen? Und hinterher geht es den Urteilspruch des Publikums, nur wer ist das nun? Nur sag doch, Christine, du sagst nichts! Es ist auf jeden Fall, man sieht es, es ist auf jeden Fall eine Frau. Und sie ist Schauspielerin, nicht nur das, sie ist ein internationaler Star. Sie ist gerade mal über 30 und hat schon in unzähligen Kino- und Fernsehfilmen mitgemacht. Das liegt nicht daran, dass sie besonders schön ist, nicht nur daran, sondern dass sie einfach besonders gut ist. Was ich gerne mal spielen würde, wären fiese Rollen, aber da kommt es bestimmt auch noch dazu. Das ist nur, wenn die erste Warze kommt, ist die fiese Rolle nicht fern. Ein Gast, in dessen Namen sich eine der größten deutschen Schlagersängerinnen, eine der größten Heldinnen eines Boris-Pastanack-Buches und die Mutter Gottes zusammenfindet. Heute zu Gast bei Zimmer frei, Alexandra, Maria, Lara! Alexandra, Maria, Lara! Es gibt nichts zu essen, aber das hat seinen Grund. Es kommt, glaube ich, noch etwas bestellt, ne? Trinken wir nur? Ja, es ist eine Möglichkeit. Wollen wir Champagner trinken? Ja, oder Cola. Oder beides? Ist offen! Oder beides? Jetzt gibt es nichts mehr, aber jetzt kommt das Essen. Ah! Hallo, hallo! Das war gut! Ah, dann habt ihr schon wieder besucht! Ja! So einmal, bitte! War da dran, ja, rot-weiß, ne? Ja, ja! Wie immer! Sie sind von Tomassos Pommes-Service, ja? Ja! Wunderbar! Bitteschön! Danke! Muss ich das Brötchen auch essen? Wie du magst, ansonsten ist der Götz das mit! Ja, natürlich! Merci beaucoup! Ach komm, ey, hab ich schon vergessen heute! Mach mal aufs Haus! Ja, toll! Super! Das soll schmecken! Danke! Es duftet! Das haben wir extra für dich gemacht! Haben Sie gesagt, es duftet? Es duftet nach Berlin, ja? Es ist unmittelbar davor, es stinkt! Damit es rot-weiß wird! Dankeschön! Wir trinken ein bisschen Champagner, oder? Zum Anstoßen! Ja, gerne! Absolutes Lieblingsessen von Alexander! Ich möchte wissen, wie man die Figur hält, wenn das Lieblingsessen ist? Indem man auch viel raucht, glaube ich, ja! Das ist ein super Diät! Ich finde, unsere Gesundheitstipps sind die besten! Ich auch! Ist man weniger, wenn man raucht? Dankeschön! Und, und? Ja? Mögt ihr auch gerne Currywurst? Wir mögen das total gerne? Doch! Ich esse sie rituell immer nur dann, wenn ich zu einem Fußballspiel gehe, aber dann natürlich gleich für ein halbes Jahr mit, muss ich sagen! Da stehe ich gern dreimal schlag! Jetzt bei Preußen Münster, spielen die noch Fußball? Besser denn je! Okay! Ich bin ja echt sicher! Ich finde, Köln-Fans sollten mal ganz brav stille sein! Hast du völlig recht! Zum Wohl! Herzlichen Willkommen! Vielen Dank! Zum Wohl! Das tut sie uns zuliebe, glaube ich, mit dem Champagner! Weil eigentlich mag sie Cola und dazu Sambuca! Beim Italiener lasse ich den immer zurückgehen! Ja, aber... Doch, ich finde der Wohl! Er ist nicht lieb! Er ist lieb! Wir haben hier jede Menge Cola stehen! Und das hat so einen besonderen Grund, warum sie gerne Cola trinken! Das wollte Thorsten Schorn herausfinden und er hat da jemanden gefragt, der dich einfach von klein auf kennt! Schlosspark in Berlin-Charlottenburg und hier bin ich mit Alexandras Vater Valentin, der ein toller Kerl ist, wir haben uns gerade eben erst kennengelernt und er hat mir gleich das Du angeboten! Ja, Du! Im Studio wird gerade gegessen. Hat Alexandra als Kind auch immer ihren Teller leer gemacht? Ich frage mich nicht, weil Alexandra hat nicht so viel Appetit, wenn sie klein war. Schlechte Besserin? Ja! Das erste Mal wollte sie nur Pommes frites mit Ketchup oder Spaghetti mit Ketchup. Das waren die zwei Gerichte, das hat sie genommen. Und dann, es war so, dass zum Anfang, sie hat immer gesagt, ach Papa, wie schön! Ich möchte gerne! Und dann hat sie zwei Löffel von Spaghetti und war fertig. Sah sie auch so aus? Ja, sie war sehr dünn. Ich weiß nicht, wie ist das später? Sie hat dann angefangen mit mehr Lust zu essen, mehr Appetit, aber sie ist geblieben, wie du siehst. Hättest du dir eine dickere Tochter gewünscht? Nein, aber ich bin sicher geworden. Sie ist viereinhalb Jahre alt gewesen, als sie von Rumänien nach Deutschland gefahren seid. Wie hast du sie rüber gelockt in den Westen? Ja! Das war mit Coca-Cola, Pepsi-Cola. Am Schwarzen Meer, es waren so kleine Geräte, so im Biss, wo mit Devisen könnte es Coca-Cola oder Milka-Schokolade oder so, diese Spezialitäten. Und einmal jemand hat ihm Coca-Cola getrunken und hat Alexander bewundert. Und dann haben wir gesagt, in dieser Reise zu meinem Moment, ich hatte Durst gehabt neben Dresden, eine Limonade haben gegeben, sie wollte, das hat nicht geschmeckt. Und ich habe gesagt, wie weit ist es noch? Wir haben gesagt, warte noch ein paar Stunden, dann kommst du ins Land, kannst du Coca-Cola trinken, so viel wie möglich. Und das war ein Grund, dass sie sehr brav war bis zum Ende unserer Reise. Und heute habe ich noch immer in meinem Kofferraum, Alexandra kann das beweisen, immer mindestens zwei Flaschen Coca-Cola für Alexandra. Ich muss dazu sagen, dass die Geschichte natürlich auch genauso mit Pepsi-Cola oder Topstar-Cola oder Fritz-Cola funktioniert hätte. Und hier sehen wir ein Foto von einer überglücklichen Alexandra mit ihrem Vater, der nämlich behauptet hat, Kind, der See im Hintergrund ist voller Cola. Genau. Hier im Schlosspark gibt es auch einen schönen See, wo du mal eine wunderbare Inszenierung gemacht hast. Auf dem See ist eine Bühne gewesen, da auf der Treppe hatten etwa 400 Zuschauer Platz auf den Stühlen. Alexandra ist da acht Jahre alt gewesen und hatte schon eine wichtige Rolle. Nämlich? Sie hat Blumen gebracht für die Schauspiel. Am Ende des Stühls? Ja. Und sie hat geküsst alle meine Darsteller. Wenn ihr euch heute seht, in welcher Sprache unterhaltet ihr euch? Es ist so, ich versuche zu verbessern meine Frage, meine Sprache in Englisch. Dann ich frage Sam in Englisch, den Mann von Alexandra. Sam antwortet in Deutsch, weil er möchte die deutsche Sprache verbessern. Alexandra übersetzt zu Mama vom Englisch in Rumänisch. Und meine Frau antwortet in Französisch, weil sie vorbereitet immer für uns leckere Sache von Cuisine Francaise. Dann gibt es jetzt von mir aus Berlin ein Auf Wiedersehen, Au Revoir, Goodbye und von dir bitte irgendwas auf Rumänisch für Alexandra. De salutatata Alexandra. Von mir auch, was immer das kann. Du hast ihn schon bei einem Rumänisch-Schnellergang mit dem Vater unseres heutigen Lasses, Alexandra Maria Lara. Was hat er gesagt, ich grüße dich Alexandra? Ich grüße dich. Ich grüße dich, ja. Was würde auf Rumänisch heißen, lieber Papa, vielen Dank, dass ich immer so viel Cola trinken durfte? Tati, adoratum, meu mersi, Campo, tuce, beaunturauna Coca-Cola. Wenn wir das jetzt überprüfen könnten. Ja. Deine Eltern haben Rumänien fast freiwillig verlassen, sie haben alles zurückgelassen und auch deshalb, weil sie ihrem Kind Freiheit schenken wollten, weil du in Freiheit aufwachsen solltest. Und bei der Reise gab es nicht nur Coca-Cola über die Grenze, sondern du hast gesagt, dein eindringliches Kindheitserlebnis war die Ankunft in Berlin. Warum? Du warst ja klein, du warst vier, oder? Ich war ja viereinhalb, also da kriegt man natürlich, also das sind natürlich auch viele Reflektionen, die dann im Nachhinein irgendwie passieren oder kommen. Ja, man kriegt aber auch viele Dinge mit, die die Große nicht mitkriegen. Ja, das stimmt. Und ich erinnere, also ich glaube, ich habe zwar den Druck meiner Eltern nicht gespürt, aber wahrscheinlich habe ich schon irgendwie mitbekommen, dass irgendwas auch besonders war für meine Eltern oder nicht ganz so entspannt, wie man es sonst so kannte. Und dann sind wir in der Wohnung unserer Freundin angekommen, die uns freundlicherweise erstmal beherbergt hat in West-Berlin und da gab es dann Farbfernsehen, das war irrsinnig, ja. Ich kannte nur Schwarz. Ich hatte vorher immer nur Schwarz-Weiß im Bildschirm gesehen und dann kam so und dann waren wir plötzlich in Berlin. Immerhin, wir haben damals in Münster geglaubt, Max Schmeling wäre noch Boxweltmeister. Deinen Papa hat dich dann später auch ausgebildet, der hatte eine eigene Schauspielschule, was verdankst du ihm, was glaubst du? Beiden, sind beide zwei so wunderbare Menschen und ich glaube, wir haben immer schon ein sehr offenes Verhältnis zueinander gehabt, wahrscheinlich auch dadurch, dass wir durch die Situation gezwungen waren, nochmal anders zusammenzuhalten. Dein Papa war ein berühmter Mann in Rumänien und hat dann später als Hausmeister und Gärtner gearbeitet. Hast du diesen sozialen Abstieg irgendwo gespürt an dem Verhalten deiner Eltern? Nein. Nicht wirklich. Wir haben vorher in Rumänien, in Bukarest, haben wir auch eine Zeit lang bei meinen Großeltern gelebt, alle zusammen in einem Haus und das war dann schon alles anders, aber ich habe das natürlich erst alles viel später hinterfragt oder mitbekommen, was meine Eltern da tatsächlich damals geleistet haben. Ist er denn ab und zu noch in den Ferien nach Rumänien zurück, beziehungsweise als das Land, als Ceausescu weg war? Als wir dann wieder konnten. Als wir wieder konnten. Aber man sagen muss, dass ja Anfang der 80er auch Rumänien im Westen durchaus wohl gelitten war. Es war das einzige Land, was in der Olympiade in Los Angeles teilnahm und deswegen beschloss die Presse so allgemein, Rumänien das doch erstmal zumindest für ein paar Jahre irgendwie nett zu finden. Also dann wieder damals, ja? Ja, aber die Vorwahl Rumäniens stand auch nicht in der Telefonzelle vor meiner Schule, da standen irgendwie die Vorwahlen von Andorra und keine Ahnung, aber Rumänien kam da irgendwie gar nicht vor in der Liste. Da hättest du zum preußischen Winkertelegrafen gehen müssen. Wahrscheinlich. Als du dann in Rumänien in den Ferien warst, hast du irgendwie gespürt, dass du aus dem Land kommst? Ich habe ja dann vor ein paar Jahren noch zweimal in Rumänien gearbeitet und da habe ich dann zum ersten Mal, meine Eltern haben ja glücklicherweise immer Rumänisch weiter mit mir gesprochen. Auch ein Vorteil, dessen ich mir natürlich erst viel, viel später bewusst wurde. Aber als ich da gearbeitet habe, habe ich dann natürlich so um mich rum geguckt und habe gedacht, ah, deswegen bin ich so wie ich bin. Zum Beispiel? Na laut und übertrieben. Echt? Du bist laut? Also laut vielleicht jetzt, aber ich bin lauter, sobald ich in Bukarest ankomme, geht schon gleich alles ein bisschen so. Das ist eine Auswirkung für unser erstes Spiel. Oh nein! Nein! In der ausrufernden Selbstbeschreibung unseres Gastes im Vorfeld verdanken wir die Erkenntnis, dass große Teile ihrer Deutschkenntnisse aus dem regelmäßigen Betrachten der Sesamstraße stammen. Das ist richtig, ja. Die Sesamstraße, weiterhin unterschätzt, gerade für unsere Freundinnen und Freunde aus Rumänien, das Tor zur deutsche Sprache mit den berühmten rumänischen Gastas Ernisku und Berzku. Natürlich! Sehr gut, ja. Und eines der ständig wiederkehrenden Spiele der Sesamstraße, das wissen Sie alle, meine Herren, nur für den Fall, dass Sie eine glückliche Kindheit mit Farbfernseher hatten, ist folgender. Man versucht den gemeinsamen Nenner verschiedener Begriffe getreu der Devise aus 3 Mach 1 zu finden. Man sieht drei Gegenstände, die haben irgendetwas gemeinsam. Vielleicht beziehen die sich auf eine Person, vielleicht auf eine Sache, vielleicht auf eine Erkenntnis und genau dieses Spiel wollen wir jetzt auch spielen. Als kleinen Wettbewerb starten wir das. Ich stelle auf den Tisch eine Portiersklingel. Wer als erster weiß, wie das Lösungswort lautet, der haut auf diese Klingel und sagt uns, um was es sich handelt. Aber jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, wer präsentiert das, was es zu erraten gilt? Wer präsentiert diese jeweils drei Gegenstände, die einen magischen, geheimnisvoll, seltsam fließenden Zusammenhang haben? Das kann nur eine, nämlich unsere unvergleichliche Assistentin Nina! Hallo, Alexandra, liebe Himmelsi! Nina, dann leg mal los! Ja! So, hier kommen eure drei ersten Objekte. Seite! Seite! Gitarrenseite, Geigenseite, Buchseiten. Fantastisch! Wir müssen uns singeln! Achso! So! Erster Punkt für mich! Sehr gut! So! Sehr schnell! Weiter geht's! Wir sehen, ein Berg... Spitze! Spitze! Bergspitze, Pfeilspitze und Bleistiftspitze. Sind Sie noch da, Alexandra? Ich bin noch da, ich bin zu langsam für sowas. Oh, wie war Spitze! Das tut mir leid! So, jetzt hier. Öffentlich-rechtlicher Fair-Trade-Kaffee... Bohnen! Kaffeebohnen! Schokoladenbohnen! Und... Chilicantane, Grissile! Gebohne! Sehr gut! So! Oh! Gebiss! Zahn! Ja! Ja, aber der... Bevor man ein Gebiss hat, hat man meistens vorher ganz schön viele... Nadeln im Schuh! Zapfen! Tannenzapfen! Einen in der Zapfe! Einen in der Krone! Einen in der Krone! Christine! Richtig! 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 Einen in der Krone! So! Tieren! Haha! Automaten! Richtig! Jaguar, Ente, Käfer! Richtig! 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 Ein E-Kundra! Tut mir leid! Leid, das ist völlig... Scheiße! Die Sendung läuft in die falsche Richtung! Nein! Nicht, dass unser Gast sitzt! Ja, aber... Ähm... Es ist völlig... Es ist völlig... Wie heißt denn das beim Messer, dieses Ding? Klinge! Und das hier sind Riesmarken? Ähm... Zacken! Nein! Nein! Der Hai hat aber scharfe Zacken, hab ich noch nie gehört! Und der Haifisch! Der hat hart! Zähne! 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 Richtig! So! Hier haben wir... Den spanischen König? Den schwedischen? Ach, schwedischen! König! Aber in seiner Verkleidung als schwedischer König! Als spanischer König! Dann haben wir hier eine Haustür! Ja! No fucking clue! Was? Keine kopulierende Ahnung! Was ist das? Äh... Und sowas hier! Gewehr! Ähm... König... Tür? Tür! Königstürgewehr! Gewehrtürkönig! Äh... Königgewehrtür! Schweden! Schwedische Gardinen! Schwedische... Nee! Viel einfacher! Ja, das glaube ich nicht! Ähm... Also dieser Mann wohnt nicht auf der Straße! Gustav Adolf! Oder wie heißt der? Im Haus! Schwedischer König heißt doch immer Gustav Adolf! Und hier... Hm? Was? Lauter! Schloss! Aber was hattet ihr mit dem Gewehr? Einmal klingeln! Und klingeln! Hä? Schloss? Wieso ein Schloss? Schloss! Da gibt's ein Schloss! Äh! Dieser Mann... Ja klar! Aber das Gewehr? Ach! Zündschloss! Ich kenn mich damit nicht aus mit solchen Sachen! Aber hier soll ein Schloss drin sein! Ja! Ein Gewehr hat ein Zündschloss! Ja! Bestenfalls sind die abgeschlossen! Die Teile! Oder aber seltener heutzutage! Okay! Weiter geht's! In der Tat! Zündschloss! Kettensäge, Säge, Fahrrad... Meerrettich! Panzer! Meerrettich! Die Kette! Die Fahrradkette, die Panzerkette und die Kettensägenkette! Richtig geht's! Die Kette! Das ist ein Panzer! Super! Ich hab gedacht... Osterhase! Echeln! Vielen Dank! Nina, das hast du fantastisch genommen! Nina, meine Damen und Herren! Danke! Was sagst du gesagt, was das ist? Ich hab... Ich hab den Panzer nicht erkannt! Ich hab gedacht eine Schale mit japanischem Meerrettich! Wasabi oder Wasabi oder... Wasabi! Mit Brille wäre das nicht passiert! Ich brauche... Fern brauche ich noch keinen! Wie man gerade gesehen hat! Ja! Meine Güte! Ja! Herrlich! Wenn man dich so erlebt, Alexander, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass du in der Schule eine Außenseiterin gewesen sein sollst! Das sagst du selbst! Warum? Also ich muss ehrlich sagen, dass ich mittlerweile bei zwei Abiturtreffen war! Und? Und meine ehemaligen Mitschüler ein wenig entsetzt reagiert haben, dass ich mich angeblich so beschreibe oder so! Ich hab mich tatsächlich so gefühlt, aber vielleicht fühlt sich auch ein Stück weit jeder so in der Schulzeit oder so! Ja manchmal nicht! Ja, ich auch! Ja! Merkt man es aber kaum noch an! Bei mir schon! Du und Außenseiter, ja, da würde ich sofort drauf kommen! Ja! Aber ich hab's genossen! Ja! Der Spaßfaktor, der hat mir leider gefehlt damals! Also anstatt es zu genießen, bin ich natürlich im Selbstmitleid! Du hast auch gedacht, niemand würde dich jemals küssen! Schön, dass man sich ein bisschen irrt im Leben! Gott sei Dank, ja! Ich hab immer gehofft, so vielleicht irgendwann, wenn man dann groß ist, dann ist das alles anders, ja! Du hättest doch immer noch zu deinem Vater oder deiner Mutter gehen können! Richtig, aber nicht für alle Belange! Stimmt! Sag mal, was für eine Verwandlung machst du durch, wenn du eine Zicke wirst? Das kann ich mir... Na doch, das ist natürlich eine Seite, auf die ich dann noch nicht so stolz bin, aber die gibt's natürlich eindeutig, ne? Die ist dann ganz anders, ja! Was macht dich zur Zicke? Ähm... Wenn die Garderobe zu klein ist von dir... Unhöflichkeit zum Beispiel, sowas, ne, sowas natürlich nicht, sowas ist mir natürlich egal! Der Wohnwagen ist zugekriegt! Ja! Nein, aber so im Privatleben! Keine Hosen im Wohnmobil oder was ja! Keine Cola im Kühlschrank! Ja! So kann ich nicht arbeiten! Ne, so unhöfliche Menschen mag ich nicht so, da bin ich dann immer so ein bisschen so... Wenn man irgendwo hingeht und es gibt gar keinen Grund dafür und dann denkt man so... Deine Mama hat hier so ein Aggressionsball, also es scheint nicht nur im Beruf zu sein, sondern auch privat, so ein Ding, was man so drückt! Ich kann mich wahnsinnig aufregen über Sachen, über die es sich eigentlich nicht lohnt, sich länger als eine Minute aufzuregen, ne? Ja, das sagen dann immer die anderen! Woher wollen die wissen, was sich für einen lohnt? Nee, ich weiß leider, dass es stimmt! Also ich bin dann so... Ich kann mich so wahnsinnig an so Kleinigkeiten manchmal so... Da kann ich Stunden mit verbringen, ja! Du kannst auch Stunden mit sinnlosen Streitereien verbringen! Ja! Ist das schön! Ich weiß nicht so genau! Mach dein Mann damit! Du bist gerade erst mal im August, also es ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr her, verheiratet, macht der das mit bei dem? Ja, der macht das ganz toll! Der hat natürlich ganz tolle Taktiken und Strategien und weiß genau, was er machen muss, damit er möglichst schnell wieder... Ja, dann musst du erst mal zur Playstation! Ja, der darf auf keinen Fall die englische Nationalmannschaft spielen sehen, das ist ja klar! Ja, das war ganz schlimm! Er guckt gut im Fußball! Das war ganz, ganz schlimm war das! Bei der WM? Da war es ja als Einziger im roten T-Shirt in Berlin in einer Kneipe mit nur Deutschland-Fans! Entschuldigung, seit 1966 ist England immer irgendwie selten dabei und fliegt immer früh raus! Das habe ich sowieso nie begriffen! Ja, das ist eh schrecklich! Es ist halt sowieso so eine Tragödie! Ja, Gott sei Dank haben die Deutschen noch vier Tore geschossen bei dem Spiel! Ja, weil sonst... Achso, dass man sich schneller abfinden konnte mit dem totalen Desaster! Das ist nicht dieses 2, das ist nicht dieses Tor, was ungerecht als Tor galt! Wieso? Was war denn? Das war doch... Jetzt mal Ruhe! Mir hat es sehr gut gefallen, als Manuel Neuer sagt, er hat den Ball sofort wieder zurück ins Feld, damit keiner auf die Idee kam, darüber nachzudenken, was er da jetzt eigentlich gerade gesehen hat! Das fand ich toll! Manuel Neuer, bravo! Alexandra kann, wenn sie richtig sauer ist und richtig zickig, sagst du von dir selbst, du kannst laut und ordinär werden. Jetzt möchte ich gerne mal wissen, mit welchen Buchstaben das schlimmste Schimpfwort anfängt, was du dir vorstellst. F. Fuck, ist doch völlig harmlos! Es gibt doch andere Worte, die mit F anfangen! Ne, das würde sie nie benutzen, dieses, was du meinst! Weißt du, was ich... Sehr, sehr selten! Da können noch vier Buchstaben dran und einer davon ist das, der letzte im Alphabet! Also das ist ein Wort, was ich wirklich selten benutze, aber nicht das, was er meint, ne? Entschuldigung, Leute, habe ich irgendwas gesagt? Nein, aber du hast wissend gelacht! Nein! Doch! Aber fuck ist doch schon fast gesellschaftlich. Du, das ist noch ein anderes. Aber fuck you ist natürlich was anderes, ne? Genau. Entschuldigung. Da kommt aber kein Z drin vor. Nein, das nicht, aber man kann auch sagen mit dem Feuerlöscher. Aber jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zu einem anderen schönen Wort, das es zu erraten gilt, denn es wird allerhöchste Zeit für unser zimmerfrei... Zimmerfrei! Zimmerfrei! Maria und Josef, das Zimmerfrei Bilderrätsel, ein liebendes Bild, das euer Gast präsentiert, das stellt einen Begriff, sei, den es zu erraten gilt. Unser Publikum zu Hause hat über die Chance mitzuregen. Das ist ganz einfach, Sie müssen einfach nur die Augen aufmachen, wenn der erste Kunststelle thetṇet beim unteren Rand des Bildes des Rätsels angemacht wird. Am zweiten Kunststelle machen wir die Einwunsch der Ausbildung, dann können Sie die auch wieder aufmachen. Sie können die die ganze Zeit auch wieder aufmachen. Dann wissen Sie alles, könnten aber leider nicht mitraten. Hier ist unser Zimmerfrei Bilderrätsel. Hey! Huuu! Toll! Vorhand! Bum, Bum! Slice. Bam. Ka-wumm. Long Line. Slice. Ka-wumm. Boom. Bang. Rückhand. Long Line. Slice. Surf. Loop. Loop. Vorhand. Rückhand. Ass. Cross. Return. Bang. Bang. Dsch. 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 Putsch. Boing. Putsch. Was haben wir da gesehen? Ein Computerspiel vielleicht. Was haben wir gehört? Zwei engagierte... Was haben Sie gesagt? Bum bum. Wie nennt man das, was einer sagt? Wie man das nennt, was einer sagt? Wie nennt man das, was jemand sagt? Ach so, ähm... Wie innerer Monolog? Woraus besteht nicht so ne große Einheit? Kleinteiliger denken. Kleinteiliger denken. Wir sind im dritten Programm. Was ist es, womit man sich zu auszudrücken pflegt? Auch auf Rumänisch? Ach so. Schimpf. Erstmal sind es einfach... Wörter. Sehr gut. Was haben diese Wörter zum Ausdruck gebracht? Äh, äh, ähm... Was ist das für ne Sportart, die Sie... Tennis. Was macht man da mit dem Schläger? Man spielt Rückhand, Vorhand... Sehr gut. Aber nicht unsere Lösung. Aber was? Nicht unsere Lösung. Nicht, dass wir nachher fragen... Ah, nicht unsere Lösung. Also wir sind bei Wörtern... Wörtern, ja. Und was sind das... Was haben diese Wörter verkörpert? Dargestellt? Für was stehen diese Wörter? Äh, äh... Für den eigenen Antrieb. Nein, nein, nein. Viel einfacher. Sind es... Schlafwörter. Jaaaa! Jaaaa! Fantastisch! Phänomenal gestellt von Rebekka-Marita-Hundt und Tommaso Teschi-Tori. Vielen Dank euch beiden. Fantastisch. Ach Gott, Zeit. Gott sei Dank. So, und wir haben natürlich einen Preis dafür. Aufgrund der Tatsache, dass wir die Bewegung gegründet haben, Umweltschutz bringt nichts. Hier sind drei Energiesparlampen. Vielen Dank. Für unser Gast Alexandra Riala, meine Damen und Herren. Dankeschön. Ich komme mit dir nach oben. Darf ich dich hier stehen lassen? Natürlich. Wer will die schon haben? Ich nehme sie mit, ja. Alexandra, wenn sie viel Geld hätte, was nicht mehr so arg lange dauern könnte, dann ist ihr großer Wunsch, dass sie irgendwann mal einen Tanzsaal hat. Oh, wie schön. Und vielleicht einen Pianisten. Oh, wie schön. Ja. Das ist ein Tanzsaal. Hm. Das ist aber nicht irgendeiner, der soll ganz privat sein. Warum? Also warum möchtest du einen ganz für dich alleine haben? Weil ich dann alleine tanzen könnte, ohne dass mich jemand dabei beobachtet. Wäre dir das unangenehm? Ich habe früher so wahnsinnig gerne getanzt, aber ich konnte immer bei Tanzkursen die Schrittfolge. Ich konnte immer nicht so schnell folgen wie alle anderen. Und fand es immer ganz furchtbar und habe dann immer alles gleich bleiben lassen. Stepptanz. Hast du Tanzschule gemacht? Ich habe Tanzschule ein bisschen gemacht, ja. Und dann später auch in der Schauspielschule musste ich immer vor Kommilitonen stehen, bei denen ich gut abgucken konnte, um mir eben die Schrittfolgen, um überhaupt eine Chance haben mitzukommen. Und da habe ich immer gedacht, so tanzen tue ich so gerne, aber nicht unter Beobachtung. Wann hast du das letzte Mal mit deinem Mann getanzt? Das letzte Mal mit meinem Mann getanzt habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit. Ich glaube an unserem ersten Hochzeitstag haben wir kurz den Walzer getanzt zur Hochzeit? Nee, er war, er arbeitet gerade in Kanada, ich war ihn besuchen und sein Zimmernachbar hat von frühmorgens bis spätabends seine gesamte Musikkollektion rauf und runter gespielt und meistens ganz schreckliche Musik. Für euch, aber nicht für euch. Für sich. Und hat Räucherstäbchen auf dem Balkon angemacht und war sowieso unerträglich, ehrlich gesagt. Aber an dem einen Tag, in dem einen Moment hat er was Schönes gespielt und dann haben wir angefangen im Zimmer zu tanzen. Schön. Mein Mann tanzt manchmal mit mir in der Küche, wenn was Schönes zum Radio kommt. Ja. Ja. Wie schön. Nach zehn Jahren. Ja, wie schön. Ja, aber manchmal kracht's auch. Manchmal kracht's auch, ja. Ich weiß, manchmal kracht's auch. Also du kannst es noch nicht wissen, weil du bist gerade mal ein Jahr verheiratet, aber was du gewusst hast, also du kannst du nicht wissen, dass es richtig kracht, auch wenn man sich ganz toll liebt, aber was du gewusst hast, als du ihn gesehen hast, Händedruck. War das, dass es mein Mann ist. Und wieso? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe den aus der Ferne gesehen und er war der Erste. Ich habe insgesamt fünf Menschen die Hand geschüttelt und er war aber der Erste, also ich habe den Regisseur kurz begrüßt und dann habe ich ihm zuerst die Hand geschüttelt und dann habe ich ihm in die Augen geguckt und dann habe ich gedacht, das kann gar nicht sein, dass ich das gerade denke, aber... Was hat er gedacht? Ich glaube, er hat sowas ähnliches gedacht, weil wir haben ziemlich schnell danach schon wieder unsere Nähe gesucht. Ich bin zufällig da einen rauchen gegangen, wo er auch gerade stand und er ist zufällig da vorbeigelaufen, wo ich gerade war. Ich kann mir vorstellen, dass du bei solchen Sachen sehr verlegen bist. Ist das richtig? Ja. Oder bist du einer, der auch, also sagen wir mal, auch heimlich nach vorne geht? Ich weiß es nicht genau. Ne, ich brauche schon jemanden, der auf mich zukommt dann irgendwie. Was dann auch zur Konsequenz hatte, dass wir uns wochenlang immer nur vor der Haustür verabschiedet haben. Ist doch gut. Ja, sehr gut war es. Also für eine Ehe ist das eine schöne Voraussetzung. Ist das gut, ja. Ihr wart jetzt eine ganze Weile getrennt, sehr lange und du bist sehr traurig gewesen. Warum ändert ihr das nicht? Also er ist Schauspieler, wie du auch, und er hat jetzt auch in dem Ausland gedreht. Wie bist du dann? Also traurig und wütend oder was ist das? Ja, ich muss das glaube ich auch einfach, das ist auch für mich ein Lernprozess. Ja, ich finde, dass Sam so ein unglaublicher Schauspieler ist, dass ich natürlich für ihn das Beste will und wünsche. Und der Beruf ist halt auch ein wichtiger Teil, glaube ich, der dazu beiträgt, dass man sich erfüllt fühlt oder nicht. Aber, und bisher in den letzten vier Jahren haben wir das eigentlich auch immer geschafft, so ganz gut so zu organisieren, dass es für uns irgendwie so gut ging. Und das Projekt, was er jetzt gerade gemacht hat, ist einfach in jeder Hinsicht ein bisschen schwerer. Das war ein bisschen viel, oder? Das ist ein bisschen viel, ja. Ein bisschen weit weg. Aber ist es nicht toll, wenn man dann am Flughafen ankommt? Doch. Doch. Boah, ich wollte meinen Mann mehr Schauspieler und würde weit weg arbeiten. Nein! Doch! Nein! Doch, mal mehr am Flughafen? Nein! Doch, das ist gut. Ja, ich komme jetzt heute Abend nach Hause, der freut sich auf. Aber am Flughafen würde der sich nochmal anders freuen. Aber Mann, ich würde alles drum geben, wenn ich heute Abend nach Hause kommen könnte und der wäre da. Aber, ähm... In zehn Jahren ist das so. Ja, genau. Da freut man sich dann mehr auf die wahrscheinlich. Vielen Dank. Gerne. Applaus Während ihr da oben gequatscht habt, habe ich mit der rechten Hand Klavier gespielt und mit der linken im Schweißenwein ist angesichts diese Versuchsanordnung hier aufgebaut. Das war ganz schön, oh Gott. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, unser charmanter, reizender, entzückender Gast, Alexandra Maria Lara, ist eine begeisterte Putzerin. Ja, das stimmt. Sie putzt so gern und sie putzt vor allen Dingen zu einer ganz besonderen Musik. Sie hat sich von einer Freundin, wenn ich richtig informiert bin, eine Putzkassette mit der duftesten Putzmusik der westlichen Himmels 4. Putzmusik, ein Wort, das ich gerne mal von Helmut Kohl ausgesprochen hören möchte. Putzmusik. Und da hat sich herausgestellt, Nummer eins der Putzhitparade. Wir sollten es schon mal schön machen in der Zeit, wenn ich spreche. Das Häubchen aufsetzen. Nummer eins in der Putzmusik ist in der Tat der Radetzky-Marsch. Und wir haben gedacht, wir wollen das einfach mal überprüfen und putzen zum Radetzky-Marsch mit Hilfe eines Original-Zimmer-Frei-Putz-Balletts. Auch ein schönes Helmut Kohl-Wort. Und für das Original-Zimmer-Frei-Putz-Ballett haben wir ein Original-Zimmer-Frei-Putz-Ballett-Tanzmeister. Ein Zimmer-Frei-Putz-Ballett-Tanzmeister. Und das ist, meine Damen und Herren, der einmalige Özalakam! Özalakam! Wir tanzen mit? Ja. Musik! Okay. Here is誰. Breite! An clik! Teeenzion! Teeenzion! Wont, 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 wont! Atenzion! Attention, Monsieur. Meine Tür rutscht. Attention. Hüpp, 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 hüpp. Hallo Monsieur. Hüpp, hüpp. Attention. Atencio! Atencio! Oh nein! Atencio Monsieur! Christine! Ich kann sie auch nicht machen! Ich könnte die Männer machen... Monsieur! Atencio! Un, deux, trois! Atencio! Atencio! Un, deux, trois! Atencio! 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 Un, deux, trois! Atencio! Okay, Monsieur! Hey! 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 Ich bin jetzt hier! Ich bin jetzt hier! Ah, Schade, schon vorbei. Lagerlich. Fancy, bisschen. Ozanakan! Komm, kannst du das noch ein bisschen? Ah, Plezir, Plezir. Ozanakan, unglaublich. Ja, also wie zu Hause. Dagegen ist Rudolf Noreyev, ein Mann mit Belongstiefeln. Unglaublich. Aber das funktioniert. Wie zu Hause, wirklich. Schön, siehst du aus. Ich putze auch nur noch zum Radetzky Marsch. Und zwar meine Zähne. Ich schäme mich ja ein bisschen, aber ich mag Marschmusik. Wieso, das ist doch schön. Ja, das ist der einzige Tanz, der uns wirklich im Blut liegt. Dankeschön. Rumba-Chacha. Ich meine, wir sind ja bei der Bundeswehr 1976 auch nicht marschiert zu The Girl vom Ipanema, sondern zu Schwarzwald ist die Haselnuss, muss man ganz klar sagen. Ja, komisch, ne? Ja, aber komisch war das nicht. Ich hab schon verstanden. Aber ich mag das sehr. Ja. Wie geht's euch? Gut? Sehr, sehr gut. Ich fühle mich durchtrainiert. Mir gefällt meine neue Mujahedin. Ja, das steht auch im Vorrang. Ich bin ein guter Ding. Ja. Cheers. Cheers. Immer noch willkommen. Alexander, was fällt dir zu deinen Augen ein? Cheers. Außer, dass sie sehr schön sind. Dass sie irgendwas mit einem Reh zu tun haben in der Auffassung, meine ich ja. Furchtbar. Schlimm. Was sagen die denn im Ausland? Da sprechen die gar nicht von meinen Augen. Und schon gar nicht von einem Reh, ja. Weil die das Wort nicht kennen. Bambi. Die sagen Bambi. Aber Bambi hab ich auch noch nie gehört. Oh wow, your Bambi eyes. Bambi. Bambi. Ist doch so ein Wort, das ist so ein Wort, das ist wie die Mehrzahl von Bambus auf Lateinisch, ne? Ja. Bambus, Bambi, Bamborum. Die Bambi. Die Bambi. Die Bambin. Ja, die Bambin. Zwei Bambin. Sehr gut. Wenn man über dich liest, dann liest man überall, sie hat ein Angebot von Tom Cruise abgelehnt. Ja. War es echt so? Ich glaube einfach... War es so? Es war ganz unspektakulär natürlich, ne? Ja. Was hat er denn nun genau angeboten? Das interessiert uns ja als erstes. Also er hat, er genau hat gar nichts angeboten, sondern der Regisseur hatte mich eingeladen und es ging wieder um eine Sekretärinnenrolle. Wie im Untergang. Genau. Und da habe ich einfach nur gedacht, das ist ein bisschen mau. Schon wieder Sekretärin? Nee, schon wieder Sekretärin wäre gar nicht so schlimm gewesen, aber es gab in der Tat, es gab da einfach nicht, es hätte nicht viel zu tun gegeben, ja. Und da habe ich gedacht... Stellen Sie sich vor, nach Hitlers Sekretärin wäre Stalins Sekretärin gekommen, ja? Dann Maros Sekretärin, Enver Hotscha Sekretärin. Die Sekretärin der Diktatoren. Und dann zur zehnten Verfilmung wäre dann eine Dokumentation von Guido Knopp gekommen. Ja. Die Sekretärin der Diktatoren oder sowas, ne? Das wäre natürlich nicht schlecht, ja. Aber ich habe leider außer der Sekretärin Hitlers noch keinen weiteren Sekretärin. Da denkt man aber auch keine Minute drüber nach, dass man denkt, und dann Tom Cruise. Wobei ich finde den... Ich weiß gar nicht, was die Frauen an dem finden. Aber es ist mir natürlich Geschmacksack. Ich finde den einfach nur lang. Ja, aber guck mal, Schneewittchen hat sich sieben von den Zwergen an Land gezogen. Ja. Das hat sie, ja. Ich fand den früher ganz toll. Du fandst ihn toll? Ich fand den früher ganz, ganz toll. Ich weiß noch, da hatte ich einen verstauchten Fuß und da war ich mit meinen Eltern im Kino unter Brain Man gesehen und da fand ich den... Ja, aber verstauchten Fuß. Da war ja auch noch ein Schauspieler. Tom Cruise. Ja. Was kommt jetzt? Jetzt kommt glaube ich ein Film. Jetzt kommt ein Film. Genau. Thorsten Schorn, unser Kollege hat einen Kollegen von dir getroffen, den wir alle ganz toll finden. Nicht nur als Schauspieler, sondern auch... Ein lieber Zimmerfreigast. Ein lieber Zimmerfreigast. Auch als Typen ist der ziemlich weit vorne. Wo dich nicht so die Zielgruppe bin. Nein, aber macht ja nichts. Alexandra, Maria, Lara liebt Menschen, die auch drei Namen haben. Wotan, Wilke, Möhring. Aber ihr habt Kurzfassungen, oder, für eure Namen? Wir sagen nur den ersten. Wotan hat sie gesagt, genau. Und Alexandra? Alex habe ich sie genannt. Und er hat eben zu mir gesagt, ich war ewig nicht mehr hier. In Berlin-Schöneberg. Hier habt ihr mal abgehangen? Ja, das ist hier der Volkspark Schöneberg. Das war so, weil wir beide Schöneberger waren, ein bisschen unsere Ecke. Mhm. Wenn wir uns mal getroffen haben. Es ist nicht wirklich die schönste Ecke Berlins, aber... Sehe ich anders, aber... Nein, das ist schon eine schöne Ecke. Und hier seid ihr dann beim Rädchen? Ne, hier sind wir zum Beispiel, da gab es eine Episode verkehrstechnischer Art. Und jetzt, da waren wir, sie auf meinem Roller hinten drauf gesessen, auf dem Sozio sozusagen. Und wir haben hier gedreht, illegalerweise, und sie hat den Helm verloren. Und der Helm, also hinten drauf sitzend, und der Helm ist unter einen Wagen gerutscht, der hinter uns fuhr. Und in dem Wagen saß auch ein Filmmensch, der sich kurz überlegt hat, ob er mich oder Alex verklagt. Und das war genau hier. Hat er es gemacht? Hat er, glaube ich, nicht gemacht. Da müsste man Alex mal fragen. Mich nicht. Ja, warum nicht? Vielleicht ist es bei mir nichts zu holen gewesen. Ich weiß es nicht. Vielleicht war auch einfach nur nett. Wenn Alex hinten drauf sitzt, hält sie sich hinten fest, am Roller? Ich glaube, was? Alex darf nicht so festhalten. Da lang oder da lang? Ich würde sagen, da lang. An was erinnert sich Alexandra Maria Lara, wenn sie uns beide hier stehen sieht? Also ich hoffe, dass sie sich erinnert, so wie ich mich erinnere, an diesen Ort, der unser Rückzugsgebiet war, immer in Zeiten der Fragerei, des Zweifels, haben wir uns hier zurückgezogen, sind spazieren gegangen. Da auf die Bank? Auf die Bank gesessen zum Beispiel. Haben geraucht. Zigaretten? Zigaretten sind verständlich. Hoffe ich. Und haben uns über das Leben unterhalten. Das klingt so nach einer Kumpelfreundschaft. Nee, Kumpanei ist mit Sicherheit zu wenig. Freundschaft ist das richtige Wort. Sondern eher nach etwas ganz Besonderem, wie ich das nennen würde. Und wie ich auch keine weitere Frau in meinem Freundeskreis so als Freundin auswählen würde, wie ich sie auswählen würde. Aber eben was ganz Besonderes, innerlich nah auf eine Art, auch wenn man sich lange nicht sieht, ist da immer so eine Connection, die bleibt. Und die hat auch mit dem Ort zu tun, wo wir gerade sind. Aber Kumpanei ist zu wenig. Verraten wir jetzt ein Geheimnis, dass Alex sowas hier liebt? Ich weiß nicht, ob wir das verraten. Ich weiß auch gar nicht, ob sie es immer noch liebt. Sie hat es auf jeden Fall geliebt. Und deswegen sind wir auch hier. Aber das Geheimnis, glaube ich, nach wie vor liegt in dieser Qualität unserer Freundschaft. Wenn wir uns begegnen auf einem großen, lauten Filmball oder so, dann gehen wir irgendwann raus, suchen beide die Stille, gucken uns an und wissen, wie es dem anderen geht. Und sie weiß, dass alles von ihr bei mir sicher ist. Und umgekehrt weiß ich auch, dass alle meine Geheimnisse bei ihr sicher sind. Und sie weiß, dass ich sie von meinem Vater grüßen soll. Und dass in einem anderen Leben wir uns wiedersehen. Und darauf freuen wir uns. Und dann gucken sich Alex und Botan tief in die Augen und lassen ihre Pappbecher klirren. Auf dich, Alex. Ach, Botan. Botan Wilke Möhre im Gespräch mit unserem Reporter Thorsten Schönes, natürlich mit Alexandra Maria Lara. Wollen wir da mal kurz auch Botan trinken? Natürlich. So zaubernd. Du hast ein anderes Leben, glaubst du da dran? Ich stehe direkt unter dieser riesigen Lampe, das verdunstet immer sofort. Glaubst du? Ja, ein anderes Leben. Nächstes Leben. Ich habe die ganz tolle Hoffnung, dass man die, die man gerne wieder treffen würde, dann auch immer wieder treffen kann. Wie gern hast du Botan geküsst? Wie gern habe ich Botan geküsst? Es kommt drauf an, bei welchem Film? Nee, nee. Also Botan ist ja ein guter Freund von mir und deswegen habe ich Botan auch vielleicht ein bisschen lieber geküsst als andere. Aber so grundsätzlich Filmküsse finde ich immer so ein bisschen wie jeder Schauspieler eigentlich. Aber wenn es dann mal angenommen so ein Typ wie Botan ist, muss man sich weniger überwinden, oder? Ja, das ist eine gute Frage, ja. Ich habe gerade an meinen 80-jährigen Ehemann in Napoleon gedacht, ja, da muss man sich vielleicht, also da ist es nicht so schlimm, ja. Ja, aber jetzt schau mal zum Beispiel vor, beim Kinofilmen, da hat man so einen Kussdrehtag, so einen Liebesszenendrehtag und so, wo die meisten noch nach Hause geschickt werden. Aber dann zum Beispiel gibt es da Theaterschauspieler, die also in so einer Produktion 50 Mal einen ungeliebten Menschen küssen müssen. Und dann stellen die fest nach einer Woche, ah ja, der isst in der Pause am liebsten Fleischsalat, ja. Und bei der Premiere kommt noch der Adrenalin-Mundgeruch dazu, das ist doch noch viel, viel schlimmer. Das ist schlimm, ja. Sagt man da was? Oder bietet man ein Kaugummi an? Ach so ein Kaugummi, nee. Nee. Also da kann man höchstens zur Maskenbildnerin gehen und sagen, kannst du dir mal fragen, ob der vielleicht so nett ist, ein Kaugummi zu kauen? Pfefferminzteechen oder einfach mal Zähne putzen, das Jahr ist rum? Ja, oder irgendwie so, ja. Du sagst, es ist schlimmer als nackt, ich würde lieber küssen als mich ausziehen. Also es ist beides, es ist beides komisch und es ist, weil eigentlich will man ja, also auch Schauspieler, glaube ich, oder die meisten, die ich zumindest kennengelernt habe, eigentlich will jeder nur einen küssen, nämlich den, den er gerne küssen will. Und wenn dann plötzlich, genau, und wenn dann plötzlich irgendwie, wenn man weiß, ja, auch wenn es ein sehr charmanter, wunderbarer Mann ist, wie Wu-Tan zum Beispiel, bleibt es trotzdem. Aber wenn man sich zum Beispiel entkleidet, auch nur partiell. Ja. Ist es so, also da gibt es unterschiedliche Erfahrungen, ich habe das im Laufe dieser 47.000 Jahre Zimmerfreie schon immer wieder mal gefragt. Die einen sagen, wenn sie sich entkleiden vor der Kamera, sie denken dann daran, wie stehe ich vor diesem Filmpartner da, der vermutlich wahnsinnig durchtrainiert ist, unfassbare Figur hat. Die anderen sagen sich, ja, Filmpartner, gut und schön und so, aber wie stehe ich vor den 30 Millionen Kinos- und Fernsehzuschauern da, die mich sehen? Woran denken Sie, denken Sie an den Partner oder denken Sie an die Zuschauer? Ich denke an all das und noch viel mehr. Also ich denke wirklich an alles, mich macht das alles wahnsinnig, ich hasse es, ich finde es ganz furchtbar und warum eigentlich, ich weiß gar nicht so genau, weil es halt zu einem gehört irgendwie, weil es halt blöd ist, wenn man sowas... Wu-Tan hat gesagt, dass ihr euch immer auf die Bank da zurückgezogen habt oder hin und wieder, wenn es so, wenn es wichtige Dinge zu besprechen gab, wie Zweifel, woran hast du gezweifelt? Also man denkt jemand gut aussehend, toll begehrt, also auch dienstlich, woran zweifelt er noch? An allem möglichen. Ja, und damit wollen wir jetzt aufhören, begehrt auch dienstlich, hat mir sehr gut gefallen. Ja, mir auch. Alexandra Maria Lara, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat ein besonderes Thema für Literaturverfilmungen und ich glaube, einer der größten Dauerträume ist, möglichst viele Literaturverfilmungen auch mitzumachen, als Schauspielerin oder vielleicht auch irgendwann bei einer anderen Funktion, wer kann das schon sagen? Was wir jetzt hier haben, auf diesem Stapel, meine Damen und Herren, sind literarische Sujets in Regieanweisungen, in Titel, einfach so Kleinigkeiten, ganz petite Titel und wir sollen uns die durchlesen und sollen versuchen, diese Titel nachzutanzen. Oder pantomimisch darzustellen oder durch Geräusche, also in irgendeiner Weise körperlich zu verkörpern, also körperlich zu verkörpern, ich weiß, meine Damen und Herren, keine Glanzleistung von mir, aber Sie müssen mal meine Gage sehen. So, also, wir machen es, indem wir uns mal zeigen lassen, wie es richtig geht. Unsere gute Freundin Christine Westermann macht den Anfang und bitteschön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Treppe, Balkon. Das müsste ich eigentlich hier runterstellen. Ne, nicht Titanic. Romeo und Julia. Danke. Fantastisch. Ich habe mich disqualifizieren müssen, weil ich gerade gesehen habe, was drunter stand. Achso. Ah. Willem Tell. Nein, Willem Tell wäre... Klugscheißer. Robin Hood. Ja. Ne, ne, sehr gut. Es kam aus dem Publikum. So, Sie sind klar. Okay. Oh Gott. Die zehn Gebote. Mein Lieblingsthema, nein. Ben Hur. Also. Okay, also. Die tausend Gesichter des Dr. Mabuse. Dorian Gray. Aber nicht schlechtes Bildnis des Dorian Gray, nein. Ähm, mehr so... Nicht reden, spielen. Ähm. Okay, ich mache das vielleicht mal an Christine vor. Geht's auch an mir? Das ginge vielleicht auch, ja, aber irgendwie bin ich jetzt hier schon... Ja. Also, ähm... Ich wäre der perfekte Partner für die Rolle gewesen. Es ist sehr schwer. Es ist eine sehr... Es ist eine der bekanntesten Figuren, die in uns allen steckt. Faust. Nein. Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Yes. Oh, super. Super, hier. Danke. Auch perfekt dargestellt. Danke, ja. Sehr mittelmäßig, aber... Ja. Was war mit dem? Das war Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Achso. Ach, in die Kamera halten? In welche? Ja. Tatsam. Versuchts mal. Ne, gemütlich. Dschungelbuch. Ja. Wer? Was? Dschungelbuch. 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 Halten wir in die Kamera? Ja. Ah, eines meiner Lieblingsbücher. In jungen Jahren. Unsere Familie kursiert einen Druck aus den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts von diesem Buch. Von meinem Vater sehr liebevoll mit Isolierband am Rücken wieder zusammengeklebt. So. Die drei Musketiere. Genau. Das war jetzt der erste gewesen, der noch drei Pferde hat. Bitteschön. Ein tolles Buch. Oh. Soll ich das jetzt auch in die Kamera halten? Damit alle wissen worum es geht, ja. Das ist natürlich irgendwie schwer. Danke fürs Mitleid. Okay. Bestimmt Heidi oder sowas. Die Redaktion des Publikums ließ auf Schweizer Kinderliteratur schließen. Oh. Wie macht man das jetzt? Der Schrei... Ne, der Schreist. Der Stumme. Ähm. Das Schweigen. Von Ingmar Bergmann. Das gibt's doch schon als Film. Okay. Mir fällt leider nichts anderes ein, außer eher ähm... Also ist es nicht das Schweigen. Kaspar Hauser. Das Schweigen... Der Lämmer. Ja. Ist doch ein Film. Ist doch schon ein Film. Das Schweigen der Lämmer. Ja, ist doch schon ein Film. Ja. Das Schweigen der Lämmer, ja. Was? Ich dachte, es geht um Bücher, die man verfilmen sollte. Nein. Aha. Jetzt bist du dran. Ne, es war ein Gong. Ich mach nix nach dem... Achso, ist vorbei. Ja. Ist schon vorbei. Komm, komm, Schweigen der Lämmer ist vorbei. Kann ich sowieso nicht gucken, den Film. Hast du ihn gesehen? Wenn der Film läuft, muss ich ungefähr 70.000 Mal aufs Klo zwischendurch. Ich halte das nicht aus. Warum? Aber du weißt doch, wie es ausgeht. Ich hab's vergessen. Ich hab's einmal gesehen und auch nur in einem Hotelzimmer mit drei Freunden und ich wollte mich nicht blamieren. Ganz furchtbar. Sowas guck ich mir nicht an. Was ich mir hingegen gerne anhöre, ist der Gesang unserer jungen Freund... Oh nein. Ist doch gar nicht dran? Was macht ihr hier? Was denn jetzt? Ist doch gar nicht dran? Nein. Achso, alles klar. Ich setz mich wieder hin. Vergessen nicht, was sie gerade gehört haben, meine Damen und Herren. Ist es dir peinlich, wenn wir drüber reden, dass du dreimal durch die Führerscheinprüfung gehst? Ne, das ist okay. Götz ist zweimal. Da gibt's peinliche... Und warum? Weil, also ich hab die Theorie total unterschätzt. Ja, ich auch. Ich hab gedacht, das ist ein Kreuzworträtsel und es geht ganz einfach. Genau. Und bin da vollkommen unvorbereitet hin und dann hat mich der Mann danach so angeschrien und hat gesagt, was ich eigentlich glaube, was ich da mache. Genau, meine Geschichte. Ja? Bei mir war es noch ein Bundeswehrvorgesetzter. Oh Gott. Meiner war wahrscheinlich auch ein Bundeswehrvorgesetzter. Also der war überhaupt nicht amüsiert über meine 19 Fehler oder so, die ich da... Und dann war schon mal so ein Knick drin und dann weiß ich nicht genau, ob mein Fahrschullehrer damals mich mit Absicht hat durchfallen lassen, weil die kriegen ja immer noch mehr Geld, wenn man immer noch mehr Fahrstunden muss, wenn man einmal durchgefallen ist. Ah Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich hab auch auf der Autobahn versagt, ehrlich gesagt. Bist du links ran gefahren? Nee, Auffahrt auf die Autobahn fand ich schwierig und hat man mir angemerkt, glaube ich, stand mir 400-fach im Gesicht geschrieben. Fährst du jetzt oder fährt dein Mann oder ein Chauffeur? Ich fahre aber wenn... Also ich lass immer lieber Sam fahren. Ja. So geht's auch manchen, die müssen singen, die würden lieber andere singen lassen, müssen jetzt aber selber ran. Was ich nämlich gerade schon vor etwa 90 Sekunden sagen wollte, wir kommen jetzt zur Hausmusik. Und Alexandra Maria Lara, meine sehr verehrten Damen, hat sich einen der schönsten Titel der Beatles ausgesucht, die Büdels, wie unsere Hamburger Freundinnen und Freunde sagen. Ja. Und zwar die schöne Melodie Eight Days a Week. Weil es so schön ist. Ja, genau. Oh, I need your love, babe. Guess you know it's true. Oh Gott. Hope you need my love, babe. Just like I need you. Oh, hold me, love me. Hold me, love me. Ain't got nothing but love, girl. Eight days a week. I love you. Love you. Love you every day, girl. Always on my mind. One thing I can say, girl. I love you all the time. Oh, hold me, love me. Hold me, love me. I ain't got nothing but love, babe. Eight days a week. Eight days a week. Eight days a week. I love you. Ich hör nix. Eight days a week. It's not enough to show I care. Oh, I need your love, babe. I guess you know it's true. Hope you need my love, babe. Just like I need you. Oh, hold me, love me. Hold me, love me. I ain't got nothing but love, girl. Eight days a week. 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 Alexander Maria Lara. Wunderschön. Du hast das wunderschön gemacht. Ein Traum. Ja. Na ja. Mann, 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 Mann. Mann, Mann, Mann. Ja. Wenn wir das gleich am Anfang gemacht hätten, wärst du noch lockerer gewesen. Ach, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Noch lockerer kann man nicht sein. Ist ja immer so schrecklich. Ich hab ja einen Mann, der so toll singen kann. Ja. Und dem singe ich jetzt also seit vier Jahren vor. Manchmal mutig mit dem Radio mit, in der Hoffnung, dass er mal sagt, dass sich das ganz gut anhört. Da ich das aber in vier Jahren so noch nie gehört habe, ja. Aber ich für... Ohne Zeit. War fantastisch, oder, meine Damen und Herren? Oh, danke. Der Mann hat ja auch noch ein bisschen Zeit dazu, dir das zu sagen, mit dem willst du unbedingt alt werden. Ja. Und du bist jetzt gerade 32 geworden. Ja. Und du machst dir jetzt Gedanken ums Älterwerden. Wie kann das denn sein? Du sagst, also du sagst, du hast ein bisschen Angst, dass du vor dem Älter... Was ist denn das für ein Satz? Dass du ein bisschen Angst vor dem Älter... Aber wieso das denn? Das stimmt eigentlich so gar nicht. Ah, ja. Also eigentlich, ehrlich gesagt, finde ich das Älterwerden im Moment total schön. Ich finde es auch so schön. Total schön. Oder? Ja, weiß ich nicht. Warum finden Sie es so schön? Ich finde es so schön, weil ich finde, dass sich insgesamt dann doch schon so einiges entspannt. Also ehrlich gesagt, mein 30. Geburtstag war so ein ganz glücklicher Moment, wo ich so dachte, so schön... Zum 40. wird es noch besser. Zum 50. Auch schön. Zum 60. wird es überhaupt am besten. Es war... Da hat man echt Angst vor dem Alltag. Also feierst du groß, wenn du feierst? Also die Runden? Die Runden. Bei den 30. habe ich ziemlich groß gefeiert, ja. Aber sonst eigentlich. Wie ist es, wenn du es krachen lässt? Wie ist es, wenn ich es krachen lasse? Also meine Freunde finden es immer wahnsinnig lustig, wenn ich es mal krachen lasse. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil ich es so gerne vermeide. Weil ich bin ja dann schon auch so ein bisschen so in Kontrolle. Also wenn ich merke, ich kann nicht mehr gerade laufen und so, dann bin ich ja eigentlich ziemlich schnell im Taxi auf dem Weg nach Hause, ne? Schade irgendwie. Eigentlich irgendwie schade, aber meine Freunde haben mich natürlich auch schon in Ausnahmesituationen erlebt und deswegen sind die dann immer ganz eifrig mit dem Nachschenken bei so großen Anlässen. Ja. Ich finde auch, wenn man anfängt komisch zu laufen, wird es erst interessant, sage ich. Ja, wirklich. Also ich weiß es nicht so genau. Aber diese stolpernden Frauen. Ich meine nicht für die anderen. Für einen selber. Für einen selber, ja. Ich finde, komisch reden ist schlimmer als komisch laufen. Ich lebe davon. Ja, aber mit welch deutlicher Artikulation? Aber das dauert nicht mehr lang. Dauert das bei dir eigentlich lange, bis man dir was anmerkt? Ja, das kommt daran, was ich trinke, in welcher Kombination, wie schnell und wie die Außentemperatur ist. Lass uns sagen Sambuca und Cola. Wie lange würde das dauern? Ich würde Cola nicht anrühren. Warum nicht? Warum? Das ist ungesund. Oh, zu süß. Ja, ich mag's nicht. Zu süß. Ich durfte es als Kind trinken und deswegen mag ich's nicht. Die meisten, die ja heute, so ein Helmut Schmidt, der hat wahrscheinlich von seinem Vater immer die Cola verboten bekommen. Der Vater hat gesagt, die Ventol-Ziaretten darfst du nehmen, aber die Cola lass stehen. Und das, heute sehen wir das Desaster. Du würdest an der Stelle sagen, Stichwort Desaster, wir machen jetzt die ultimative Lobhudelei. Nein, das stimmt aber nicht. So reine Überleitung würdest du gerne machen. Es ist aber eine wunderschöne Lobhudelei, weil die von einer sehr, sehr guten Freundin von mir kommt. Katharina Kali macht die ultimative Lobhudelei. Ja. Okay. Meine liebe Alex, an dieser Ballettstange haben wir vor mehr als zehn Jahren mal mehr, mal weniger, mehr Zeit verbracht. Und in den ganzen Jahren warst du eine wundervolle, zauberhafte Freundin. Nicht nur eine großartige Balletttänzerin, du warst nämlich sehr begabt oder bist es immer noch, weil du eine super, super Tänzerin bist. Aber vor allem bist du eine loyale, großherzige, gutmütige und sehr großzügige Frau. Du hast in den ganzen Jahren immer wieder bewiesen, wie begabt du bist und vor allem dir selbst gegenüber, da du sehr selbstkritisch bist und manchmal ein klein bisschen zu viel Sorgen dir machst, was ich mir wünschen würde, dass du das nicht tust, weil du das oft nicht brauchst. Du bist ein sehr empathischer Mensch. Auf dich kann man immer zählen. Du bist liebevoll, du bist eine unglaublich schöne Frau, so innen wie auch außen. Und vor allem bist du ein Menschenfreund, was es heutzutage nicht oft gibt und demütig und bescheiden. Und das ist wundervoll. Tell you best. Meine Damen und Herren, die Show ist fast vorbei, der Höhepunkt kommt jetzt. Der Urteilsspruch unseres Publikums, meine Damen und Herren, zeigen Sie uns, was Sie glauben soll unser Gast Alexander Maria Lara bei uns einziehen. Wenn Sie sagen ja, grüne Karten, wenn Sie meine nein, rote Karten hoch mit den Dinger, meine Damen und Herren. Was für dich ist eindeutig, da gibt es, mein Gott, eine rote, nein, das war ein Irrtum, null rote, aber dafür 48,3 Milliarden. Grüne Karten, unser Gast Alexander Maria Lara wird unserer Mitbewohner. und meine Damen und Herren, vielen Dank an Sie, Sie waren ein tolles Publikum. Christine, du warst hinreißend und am schönsten, am besten, am tollsten war Alexandra Maria. Danke schön. 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 Danke schön.